Hallo liebe AMSF1-Fans, wir melden uns heute mit einer neuen Folge Formel Schmidt. Wir sprechen über das Thema, das vor dem Saisonstart hochgekocht war, die Affäre um Christian Horner. Ihr werdet es damals mitbekommen haben, es gab eine interne Untersuchung wegen unangemessenen Verhaltens gegenüber einer Angestellten. Sie ging daraufhin in Berufung, nachdem sie zunächst abgeschmettert wurde und auch dieses Mal wurde sie jetzt wieder abgeschmettert. Schmidi, hättest du im März geglaubt, dass sich die Dinge bei Red Bull so entwickeln? Nee, eigentlich nicht. Im März stand alles wirklich auf Krieg und man hat erwartet, dass entweder der Kopf von Horner fällt oder der von Helmut Marko. Horner hatte ein bisschen die besseren Karten, trotz dieser ganzen Anschuldigungen, weil er eben die Mehrheitseigner, die Teilhänder, hinter sich hatte. Auf der anderen Seite konnte man natürlich nicht wissen, wie das jetzt ausgeht, wie ernst das ist. Wir kennen ja alle die genauen Hintergründe nicht, auch wenn da gewisse Sachen geleakt worden sind. Aber das ist wahrscheinlich nicht das Ganze, was es da gibt zu diesem Thema. Und deshalb hat man eigentlich schon damit gerechnet, dass es irgendwann richtig krachen wird bei Red Bull. Sogar mit weiteren Folgen, dass unter Umständen Max Verstappen sogar das Team verlassen könnte. Genau, da sprechen wir später noch drüber. Du hast es gerade angesprochen. Horner oder Marko. Ich erinnere mich an den großen Preis von Saudi-Arabien. Da sah es kurzfristig so aus, als würde Helmut Marko sofort gehen müssen. Jetzt haben sich die Dinge anders entwickelt. Marko bleibt. Wie glaubst du, hat sich das dann so weitergetragen bei Red Bull? Naja, im Moment ist es eigentlich so, wie es immer war. Also jeder ist auf dem Posten, auf dem er vorher war. Christian Horner ist weiter Teamchef. Er macht das Tagesgeschäft. Er ist sicher auch zuständig für Verpflichtungen innerhalb des Teams, soweit sie eine bestimmte Grenze nicht überschreiten. Also ob das jetzt Transfer ist oder Gehalt ist. Die wichtigen, die großen Entscheidungen trifft Helmut Marko. Und so wird das auch bis Ende 2026 bleiben, solange läuft sein Vertrag. Und ja, im Moment kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, warum es da jemals Probleme gegeben hat. Also wenn man jetzt wirklich die Vorgeschichte nicht kennt, muss man sich wundern. Und ich meine, in Spa habe ich plötzlich auch Christian Horner wieder mit Jos Verstappen sprechen sehen. Die beiden waren ja tief verfeindet, die beiden. Also da ist wirklich was passiert. Und ich glaube, da ist schon der Hintergrund interessant, warum sich die wieder so zurechtgefunden haben. Ja, dann erzähl es doch mal. Glaubst du, es ist ein Burgfrieden, weil es jedem hilft? Oder ist es ein echter Frieden, wo man jetzt sagen kann, da ist Ruhe eingekehrt? Nein, nein, es ist schon ein Frieden, weil er jedem hilft. Also es ist schon so eine Art Zweckbündnis. Aber ich glaube, ganz entscheidend war, dass diese Saison eben nicht so verlaufen ist wie die letzte. Ich glaube, dann wäre es vielleicht anders ausgegangen. Christian Horner hatte schon am Anfang der Saison das Gefühl, als ihm der Wind ins Gesicht geblasen ist, er kann sich eigentlich alles erlauben. Wir werden so oder so Weltmeister, ob mit Nui, ohne Nui, mit Verstappen, ohne Verstappen. Aber so plötzlich, als es dann anfing, naja, da kommt Konkurrenz auf, als sie gemerkt haben, McLaren wird immer stärker, auch Ferrari ist da, vielleicht kommt noch Mercedes dazu. Da haben sich die Dinge geändert. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe mit Christian Horner in Kanada gesprochen und er hat gesagt, ich fürchte, das könnte noch eng werden für uns in der Konstruktorswertung. Er hat das damals schon gesehen und ich glaube, da hat er auch gemerkt, wenn er jetzt wirklich die Karte spielt, ist mir alles egal, jeder ist austauschbar, dann kann er da auf die Nase fliegen. Denn er wird nur die Unterstützung der Thailänder haben, solange er Red Bull erfolgreich ist und gewinnt. Und dann hat er plötzlich gemerkt, ich brauche den Verstappen. Der ist eminent wichtig für das Team, weil wenn das Auto mal nicht top ist, ist Verstappen der Fahrer, der die Punkte heimfährt, der die Siege heimfährt und nicht Peres oder nicht irgendein anderer, den er dann hätte nehmen müssen. Das war ja auch nicht so, dass Red Bull sich hätte jetzt am Markt einfach frei bedienen können. Die meisten waren ja irgendwo schon unter Vertrag. Genau, Carlos Sainz hatte ja immer so ein bisschen auf das Cockpit spekuliert, aber nur wenn Verstappen gehen würde, weil Verstappen Sainz hätte es nicht nochmal gegeben. Ja, da muss ich kurz unterbrechen, am Anfang wollte Horner eigentlich schon Verstappen Sainz, aber er hat dann auch gemerkt, das kommt bei Verstappen nicht gut an, weil da gibt es eben Zwist aus alten Zeiten noch bei Toro Rosso. Und wie gesagt, es ging dann nur noch darum, den Verstappen zufriedenzustellen, so weiterzumachen, wie es bisher eigentlich ganz gut funktioniert hat. Man konnte es sich nicht leisten, den Verstappen durch Sainz zu ersetzen, weil es ist ganz klar, Sainz ist ein sehr, sehr guter Rennfahrer, aber er ist nicht das Niveau von Verstappen. Er ist nicht die absolute Spitzenklasse, die Verstappen verkörpert. Ich erinnere mich auch, dass Max Verstappen immer wieder gesagt hat, alle Leute wissen, was ich brauche, was ich vom Team erwarte, ich will meine Leute um mich herum haben. Und da sprechen wir auch vor allem von Helmut Marko. Ja, das sowieso. Also ich meine, die beiden, das ist ein ganz enges Bündnis. Das wurde schon eigentlich mit dem letzten Vertrag auch dann noch quasi auf Papier festgelegt, dass der eine gehen kann, wenn der andere geht, weil Max Verstappen schon verstanden hat, es war eben auch Helmut Marko, der mit dafür gesorgt hat, dass er viel früher zu Red Bull gekommen ist, als es eigentlich vorgesehen war. Natürlich hat die Verstappen-Partei da schon Druck gemacht, dass man da raus will aus Toro Rosso, weil man hat sich da schon zu höheren Berufen gefühlt. Und er kam ja dann auch gegen den Widerstand von Christian Horner damals, bereits in der Saison 2016, zu Red Bull. Nach vier oder fünf Rennen, glaube ich, hat man dann entfernt oder wieder zurückgeschickt zu Toro Rosso. Also da war sicher auch Helmut Marko federführend für zuständig. Und deshalb war es natürlich unheimlich wichtig, Verstappen musste im Team gehalten werden. Und die Sache hat sich dann natürlich noch verschärft, als Adrian Newey gegangen ist. Das war auch für Horner so eine Art Beweis, naja, die Leute, die bleiben nicht automatisch. Wenn ich da übers Ziel hinausschieße, dann gehen die. Und was der Newey kann, kann der Verstappen natürlich auch. Und umso einfacher, weil Verstappen zwar einen Vertrag hatte, aber eben diese Klausel drin, er kann gehen, wenn Marco geht, ob er jetzt Marco freiwillig geht oder ob er gegangen wird, wäre dann in dem Fall nach dem alten Vertrag egal gewesen. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert. Man hat sich ja, wie gesagt, geeinigt. Man hat den Vertrag noch einmal quasi revidiert, in dem Sinne, dass Helmut Marko jetzt wirklich bis Ende 2026 garantiert ist. Aber er kann jetzt auch nicht mehr so einfach sagen, so, ich habe keine Lust mehr. Und dann kann Verstappen so einfach gehen. Die Medien haben in dieser Woche mal wieder das Thema aufgeschmissen, dass Max Verstappen zu Mercedes gehen könnte. Toto Wolff hat öffentlich stark sein Interesse signalisiert gehabt an Max Verstappen, um ihn schon für 25 zu holen als Nachfolger von Lewis Hamilton. In Österreich war es, da hat Max Verstappen dann gesagt, nee, ich fahre auf jeden Fall 25 für Red Bull. Deshalb jetzt wieder haben das die Medien aufgekocht, dass er vielleicht 26 gehen könnte. Und du hast aber da eine andere Meinung und bist ja auch sicher, dass Max Verstappen nicht 26 für Mercedes war. Ja, das hat zwei Gründe eigentlich. Das fangen wir erstmal mit 2025 an. Ich meine, Toto Wolff hatte schon berechtigte Hoffnungen, dass es da vielleicht doch noch kracht. Aber wie gesagt, man hat sich dann, es begann so um den Grand Prix von Spanien herum, hat man dann bei Red Bull kapiert, es kann hier eng werden mit der WM. Zunächst mal für die Konstrukteure, vielleicht sogar für Verstappen, wenn alles dumm läuft. Wir müssen das jetzt hier sichern. Und dann hat einfach die Vernunft gesiegt bei beiden Parteien. Und man hat eben dieses Zweckbündnis dann geschlossen. Und bis dahin hatte, würde ich sagen, Toto Wolff schon berechtigte Hoffnung. Wenn es da richtig kracht, dann kriege ich den Verstappen im Verbund mit Helmut Marko. Dann haben sich die Verhältnisse geändert. Es war dann auch relativ schnell klar, dass es für 2025 sicher nichts wird mit Verstappen. Und Verstappen wollte eigentlich auch nicht weg von diesem Team. Er ist ja gerne bei Red Bull. Es war ja nur so, dass ihn dieser Machtkampf da an der Spitze gestört hat. Und ihm das Leben so ein bisschen vermisst hat, würde ich sagen. Aber ansonsten, das ist seine Truppe, die kennt er. Da fühlt er sich wohl. Es gab eigentlich für ihn keinen Grund, da wegzugehen. Auch wenn jetzt nur ein bisschen Konkurrenz aufkommt. Aber das musste ihm klar sein, dass er nicht ewig da vorne allein fahren kann, dass sie dann irgendwann mal aufholen. Und jetzt kommt das Jahr 2026 ins Spiel. Erstens, wie gesagt, Helmut Marko ist da bis 2026. Es ist nicht mehr so einfach, dass Marko sagen kann, okay, ich habe keine Lust mehr, ich gehe jetzt vorzeitig in Rente. Dann kann der Verstappen auch gleichzeitig mitgehen. Also das ist schon mal erschwert auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, ich meine, das Risiko, irgendwo anders hinzugehen, ist genauso hoch, als zu bleiben. Kein Mensch kann heute sagen, wer 2026 den besten Motor hat. Ist es Mercedes, ist es Ferrari, ist es Red Bull, Schrägstrich, Schrägstrich Ford. Also er kann alles richtig machen und er kann alles falsch machen. Dann unter den Bedingungen ist es eigentlich besser, man bleibt, wo man ist. Man schaut sich das an und schaut dann vielleicht, wenn es wirklich ganz schlimm kommt, für 2027, da hat man viel besseren Überblick, was läuft da eigentlich mit diesen neuen Motoren und trifft dann für 2027 eine Entscheidung. Also wie gesagt, man stelle sich vor, man sagt jetzt, okay, ich bin der festen Meinung, der Mercedes macht das am besten, ich gehe zu Mercedes. Dann macht es aber nicht der Mercedes am besten, das ist vielleicht der Ferrari oder der Honda. Und dann kommt man ja nicht gleich wieder raus aus diesem Vertrag. Also es ist besser, dort zu bleiben, wo man ist und dann zu schauen. Dann wird es aber für Verstappen schon relativ schwierig, weil dann greifen bestimmte Performance-Klauseln. Das heißt also, wenn Red Bull gut genug ist, wird er nicht so einfach für 2027 rauskommen, was ihm dann aber auch egal sein kann. Weil das heißt ja im Umkehrschluss, dass Red Bull eben vorne mitfährt und dann kann er auch 2027 und 2028 noch abdienen dort. Genau, sein Vertrag läuft ja bis Ende 2028, der wurde ja vor einigen Jahren verlängert. Bei Mercedes, wenn du das gerade angesprochen hast, die hatten ja lange Probleme auf Speed, auf Pace zu kommen mit den Ground-Effekt-Autos. Sie sind jetzt wirklich da vorne drin im Kampf, haben teilweise auch das bessere Auto als Red Bull. Da macht sich Mercedes natürlich schon Hoffnung, dass Verstappen das sieht. Aber wie du sagst, die Autos verändern sich grundlegend und auch nicht nur am Motor. Also es kann ja sein, Mercedes fällt dann wieder deutlicher zurück. Ja, wie gesagt, also 2026 ist sowieso komplett offen. Jetzt nächstes Jahr kann man ein bisschen besser abschätzen. Ich glaube, wir werden nächstes Jahr eher noch engeres Feld sehen, weil nach oben geht nicht mehr viel mit diesen Ground-Effekt-Autos. Das zeigen alle, die da wild jetzt drauf losentwickeln. Und irgendwo stehen alle an. Man bewegt sich da wirklich nur noch mit ganz, ganz kleinen Schritten nach vorne. Deswegen hat auch McLaren entschieden, vorerst keine großen Upgrades zu bringen, nur streckenspezifisch was oder vielleicht Kleinigkeiten zu ändern. Dass man da nicht über das Ziel hinausschießt. Wir haben alle gedacht nach Monaco. Ferrari ist vielleicht der große Gegner von Red Bull. Ist es dann nicht geworden. Die sind eben einen Schritt zu weit gegangen. Red Bull ist jetzt ein paar Mal einen Schritt zu weit gegangen. Das kann sich aber ändern. Sind vielleicht nach der Sommerpause plötzlich wieder da. Das weiß auch Verstappen. Es gibt jetzt keine Garantie mehr, dass ein Auto absolut überlegen ist. Im Moment hat der McLaren leicht die Nase vorn. Aber das ist kein großer Vorsprung. Das Entscheidende ist eigentlich im Moment, dass der McLaren überall funktioniert. Auf jeder Strecke, bei allen Temperaturen. Das macht ihn besser als die anderen Autos. Aber es gibt bestimmte Bedingungen. Nehmen wir Spielberg her oder nehmen wir Spa her. Da ist der Red Bull nach wie vor ein Auto, mit dem man vorneweg fahren kann. Ich meine, in Spielberg bei der kurzen Rundenzeit verstappen vier Zehntel vor allen anderen. Und in Spa, okay, es hat geregnet. Spa ist seine Strecke. Und Red Bull hat relativ viel Abtrieb gewählt. War natürlich ideale Bedingungen. Da war, glaube ich, sechs Zehntel vor allen anderen. Muss ja dann wegen der Motorenstrafe zurück. Also der Red Bull, den darf man nicht abschreiben. Genauso bei Mercedes. Ich meine, Gmz 3 der letzten vier Rennen gewonnen. Und zwar zwei, muss man sagen, square and fair, wie die Engländer sagen. Also auch auf der Rennstrecke. Es wäre in Spa eigentlich ein Doppelsieg geworden, wenn Russell nicht disqualifiziert worden wäre. Und dieser 1,5 Kilo Vorteil, der hat natürlich jetzt nicht das Rennen entschieden. Auf der anderen Seite, am Freitag sah Mercedes noch aus wie ein klarer Verlierer. Da hatte man Upgrades im Auto, hat nicht so funktioniert. Jetzt ist die Frage, waren es nur die Upgrades oder war es das Setup? Das wird sich jetzt in Zandvo zeigen. Ich glaube, man kann im Moment in der jetzigen Situation nicht herauslesen, wer wird jetzt in der zweiten Saisonhälfte vorne sein? Dann wird es ein Team sein, werden die sich abwechseln, wie sie es gerade tun. Deswegen glaube ich, ist diese Attraktion, ja Mercedes sitzt jetzt wieder da, hat vielleicht sogar schon mit das beste Auto, das kann sich sehr schnell ändern. Ja, ein Faktor bei Red Bull in den letzten Jahren war immer Adrian Newey. Du hattest es vorhin schon mal erwähnt. Er geht ja, ihm war das alles dann zu viel bei Red Bull mit der Horner-Affäre und da ist ja viel ins Wanken geraten. Red Bull hat auf der anderen Seite auch bei der Performance ein bisschen verloren oder beziehungsweise die anderen sind halt näher rangekommen. Und Jonathan Wheatley, der Sportdirektor, geht auch. Der geht ja zu Audi, wird dort Teamchef. Jetzt aus deiner Sicht, wie schwer wiegen die Verluste für Red Bull, vielleicht schon bis zum Ende der Saison und auch für die Zukunft? Ja, ich meine, bei Adrian Newey ist es ja so, das Auto ist jetzt entwickelt, kann man in diesem Jahr sowieso nichts mehr machen. Man könnte jetzt nächstes Jahr wieder vielleicht zurück auf das alte Konzept gehen und das optimieren. Die Untersuchungen sind natürlich abgeschlossen, ob man sich jetzt mit diesem Konzept, das man jetzt hat, nicht doch in den Fuß geschossen hat in gewisser Weise, weil man in bestimmten Punkten zu weit gegangen ist, ob das jetzt die Kühlung ist oder ob das gewisse Teile der Aerodynamik sind. Das ist das eine. Aber bei Newey ist es ja auch so, er ist ja auch ein Praktiker, der an der Rennstrecke sehr viel macht, der sich mit dem Setup unheimlich auskennt, der sich mit der Reifennutzung, der da wirklich einer der Experten ist. Ich glaube, da fehlt er schon ein bisschen. Vielleicht bei dem einen oder anderen Rennen, wo sich Red Bull im Setup verirrt hat, wäre seine Meinung vielleicht schon entscheidend gewesen oder zumindest man hätte dazu geführt, dass man vielleicht schneller auf den richtigen Weg kommt. Also ich glaube, da fehlt er ihnen bestimmt. Was natürlich ganz entscheidend sein wird, ist 2026 neues Reglement, da war er immer gut. Auf der anderen Seite muss man sagen, sein Einfluss wurde ja schon in den Jahren nach 2014, war es glaube ich, als er dieses wirklich ernsthafte Angebot mal von Ferrari gekriegt hat, als man ihn gerade noch halten konnte, da wurde denen klar, wir müssen uns auf mehrere Füße stellen, wir können uns nicht nur auf den Newey verlassen, weil alle waren hinter dem her, da wurde sein Einfluss schon immer ein bisschen mehr zurückgedrängt. Und ich glaube, das letzte Auto oder auch dieses Auto, was wir jetzt sehen, da ist Newey schon noch mit drin von der Handschrift her, aber das ist schon hauptsächlich der Rest der Truppe, der dieses Auto gebaut hat. Ja, Adrian Newey hattest du jetzt gerade sozusagen besprochen. Jonathan Wheatley, nochmal ganz kurz darauf, Er hatte ja auch vielleicht mal spekuliert, den Posten von Christian Horner einzunehmen und du hältst ihn für einen sehr fähigen Mann. Ja, er hat da, also in der Phase, wo man sagen muss, schlage ich mich jetzt auf die Seite von Marco oder von Horner, hat er sich vielleicht ein bisschen zu sehr auf die Marco-Seite geschlagen. Das heißt jetzt nicht, dass er entlassen wurde. Es ist halt so, man konnte ihm keine Aufstiegschancen geben und man hat ihm jetzt den Abschied jetzt auch nicht sonderlich schwer gemacht. Er war auch beim Gehalt her, glaube ich, relativ weit oben schon und wir wissen alle, das Budget-Cap, das ist ein Problem für die großen Teams, vor allem für Teams, die eben so langjährige Mitarbeiter haben wie Jonathan Wheatley, die dann halt vom Gehalt her schon in der Stufe sind, da geht nicht viel mehr und wenn man dann nicht mehr bieten kann und ein anderer biegt um die Ecke mit einem attraktiveren Posten und mehr Geld, ist der natürlich relativ schnell weg. Wheatley wird den sicher wehtun, wie auch Newey ihn noch wehtun wird, also egal, wo Newey hingeht, er wird dann natürlich ein paar Leute von Red Bull mit sich holen. Die werden nicht gleich arbeiten können mit ihm, die werden auch erst Arbeitssperren kriegen, aber er hat natürlich da seine Kumpels in der Designabteilung, genauso wie Wheatley seine Verbündeten hat im Team und er wird natürlich versuchen, da einige Leute mit zur Audi zu ziehen und Newey wird versuchen, wenn er denn irgendwo dann einen Job annimmt, dann seine Gefolgschaft mit dorthin zu bringen, weil er ist ja einer, der die Ideen hat, aber der das jetzt nicht mehr im letzten Detail auszeichnet. Ja, wenn ich dich dann nochmal so zusammenfassen würde, würdest du sagen, jetzt hat Red Bull erstmal Ruhe reingebracht in den Laden, das heißt, sie können sich voll und ganz auf den WM-Kampf konzentrieren, in der Fahrer-WM ist es nicht so knapp wie bei den Konstrukteuren, aber für die Zukunft siehst du immer noch einige Fragezeichen. Für die weitere Zukunft ja, also wie gesagt, sie haben vielleicht sich ein bisschen zu spät geeinigt oder sie haben diesen Frieden ein bisschen zu spät geschlossen, vielleicht hätte man Newey da noch halten können, wenn das Ganze jetzt schon im April passiert wäre oder im März relativ schnell nach dem ersten Zwist, den es da gegeben hat. Jetzt ist er weg, auch Wheatley ist weg. Wie gesagt, das wird sicher seine Auswirkungen haben, waren beides exzellente Leute, das muss Auswirkungen haben, weil sonst wären sie nicht so gut, wie sie sind. Aber Red Bull kann sich natürlich seinerseits auch wieder verstärken, es ist ja nicht so, dass jetzt der Markt da geschlossen wäre für sie. Also insofern würde ich sagen, ja, man wird Folgen sehen, aber vielleicht erst 2026. Finde ich mal wieder super spannend, was Schmidi uns erzählt hat zu Red Bull. Uns würde er auch freuen, wenn ihr mal eure Meinung zu Red Bull und der Zukunft des Teams in die Kommentare schreiben würdet. Ihr wisst Bescheid, beim nächsten Mal gibt es dann wieder Formel Schmidt aus Sandford. Macht's gut, bis dahin, ciao. Servus. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017